Mein König, leider überbringe ich schlechte Nachrichten. Zwei Fremde. Ich weiß, dass sie von weit her kommen. Von wie weit kommen sie? Die Vorbereitungen für unser Krippenspiel gehen zügig voran. Aber Josef! Haltet den Dieb! Haltet ihn! Wo sind wir eigentlich? In Judäa. Wie groß ist dieses Krippenspiel denn, das hier aufzieht? Jetzt hab ich langsam genug von diesem Zirkus. Kommt ihr von weit her? Von sehr weit sogar. Dass sie beide fantastische Menschen sind, das sieht man mit bloßen Augen. Oder Auge. Verstehe es doch. Aus irgendeinem Grund sind wir im Jahr Null, zur Zeit nicht Jesu. Herodes sucht nach zwei Fremden. Das sei doch nicht zufällig ihr beiden. Bethlehem, dann kennen Sie doch sicher Josef und Maria. Sie ist schwanger, allerdings ist das Kind, das sie erwartet, nicht von ihnen. Das stimmt. Was redet ihr da? Was haben Sie hier etwa? Kein Religionsunterricht? Aufschlag, Bethlehem! Wir müssen irgendwas unternehmen, um Jesus zu retten. Da, sieh nur! Wir Revolutionäre hinterlassen niemals eine Spur, außer vielleicht in den Geschichtsbüchern. Verrätst du mir ein paar Details? Es waren ich, er und Garibaldi. Du musst mir eingefallen tun, es ist alles da, nur noch der Ochse. Und wo zauber ich ein Heer? Ich hoffe einfach, dass es ein braves Kind wird. Vermutlich wird er als Kind ruhig sein. Erst nach dem 30. Lebensjahr wird es kompliziert. Er vermehrt das Brot, läuft mal auf dem Wasser. Frohe Weihnacht! Let it snow! Let it snow! Let it snow! Das alte Jesu Christi! Wir!